Achtsamkeit auf die Dhammas – die 5 Daseinsgruppen des Anhaftens 20. Materielle Formen – Gefühl und Wahrnehmung Im nächsten Abschnitt der Achtsamkeit auf die Dhammas beschreibt der Buddha die Betrachtung dessen, was als die 5 Daseinsgruppen, Kandar auf Pali, der Erfahrung bezeichnet wird. Materielle Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein Der Buddha verwendet diese Betrachtungen, um unsere subjektive Erfahrung zu analysieren und durch diese empirische Analyse das tief verankerte Konzept des Selbst auseinanderzunehmen. In den Lehrreden gibt es viele Berichte über Menschen, die diese Lehre hörten. Entweder fanden sie unmittelbar vollständige Erleuchtung, oder wer dafür nicht reif war, dem öffnete sich im Geist das lautere, fleckenlose Auge der Lehre. So als ob er, der Erhabene, umgestürztes aufgerichtet, Verborgenes enthüllt, einem Verirrten den Weg gezeigt oder in der Dunkelheit eine Lampe gehalten hätte, damit die Sehenden die Dinge erkennen können. Wenn wir diese Lehren von den 5 Daseinsgruppen auf die direkte Erfahrung beziehen, führen sie uns zu einer tiefgreifenden Prüfung dessen, was wir Leben nennen. Sie eröffnen uns neue Verständnisebenen, vergleichbar mit der Entdeckung, dass unserer gewöhnlichen Wahrnehmung der Welt der Atome oder einer Quantenwirklichkeit zugrunde liegen, allerdings noch transformierender. Die Lehren von den Daseinsgruppen verweisen direkt auf Wirklichkeiten jenseits der oberflächlichen Erscheinungen des Selbst, des Ich oder des Seins. Mit der Erforschung dieser Wirklichkeiten beginnen wir zu entdecken, was wir wirklich sind. Im Satipatthana Sutta steigt der Buddha wieder mit der grundlegenden Frage nach unserer Praxis ein. Zitat Und wie verweilt er Damas in der Form der 5 Daseinsgruppen des Anhaftens betrachtend? Zitat Ende Doch bevor wir diese Frage näher erforschen, mag es hilfreich sein, ein paar Dinge über diese Lehre zu beachten. Was meint der Buddha mit diesem Padi-Begriff Kandha, Skandha auf Sanskrit, der üblicherweise mit Daseinsgruppen übersetzt wird? Wir können ihn auf zwei Ebenen verstehen. Auf einer allgemeineren Ebene bedeutet er eine Ansammlung oder ein Haufen von Dingen, darunter alle Elemente dessen, woraus die Substanz oder die Gruppierung von etwas besteht. Der Begriff Dukkha-Kandha bezeichnet beispielsweise alles, was unter den Ausdruck Dukkha fällt, oder alles, was die Idee von Leiden in sich trägt. Spezieller betrachtet bezieht sich Kandha auf die Elemente des Substrats der Existenz, das all die Erscheinungsformen des Lebens hervorbringt. Der Buddha beschreibt es so, Zitat Denn wie bei Ansammlung der Bestandteile des Wortes Wagen entsteht, so entsteht, wenn die Lebensbestandteile vorhanden sind, der Ausdruck Lebewesen. Aus dieser Perspektive ist das, was wir die Geburt und den Tod eines Menschen nennen, nur das Entstehen oder Vergehen unterschiedlicher Daseinsgruppen. Die Kraft dieser Lehren liegt darin, dies selbst zu erfahren. Um Satipatthanas Sutta und in vielen anderen Lehrreden bezieht sich der Buddha nicht nur auf die fünf Daseinsgruppen, sondern verwendet den erweiterten Ausdruck, die fünf Daseinsgruppen des Anhaftens. Damit verweist er auf unsere individuelle oder kollektive Identifikation mit diesen Daseinsgruppen, unser Verlangen nach ihnen und unser Anhaften an ihnen. Diese Neigungen führen zu unserem Anhaften am Konzept des Selbst oder des Seins. Das Anhaften und Festhalten an den Daseinsgruppen ist die eigentliche Ursache des Leidens. In einer Zusammenfassung der ersten edlen Wahrheit sagt er, Zitat Kurz gesagt, die fünf Daseinsgruppen des Anhaftens sind Dukkha. Zitat Ende Wie können wir dann diese fünf Daseinsgruppen betrachten? Sie erscheinen zwar gemeinsam, aber es ist hilfreich sie nacheinander zu erkunden, um zu einem besseren Verständnis der Daseinsgruppen und unserer Erfahrung von ihnen zu gelangen. In diesem Kapitel werden wir die ersten drei Daseinsgruppen des Anhaftens erforschen. Materielle Form Die Lehren beginnen mit dem, was am greifbarsten und offensichtlichsten ist, der materiellen Form, Rupa auf Pali. In den vorhergehenden Abschnitten über die Achtsamkeit auf den Körper haben wir die Natur dieser materiellen Form bereits detaillierter besprochen. Wann immer wir uns einer körperlichen Empfindung bewusst sind, Härte, Weichheit, Druck, Schwingung, Hitze, Kälte, Leichtigkeit, Schwere, betrachten wir die erste Daseinsgruppe. In dem Sutta spricht der Buddha davon, jedes dieser grundlegenden Elemente, jede dieser Empfindungen als Rupa zu erkennen. Diese Anleitung ist tiefgründiger, als sie auf den ersten Blick erscheinen mag, denn sie führt uns von der Ebene des Konzepts, Körper, Kopf, Brust, Arm, Bein, Fuß, auf die Ebene der unmittelbaren Erfahrung. Wir mögen denken, wir fühlen den Fuß oder das Bein, aber es gibt keine Empfindung namens Fuß. Nur wenn wir darauf achten, was wir jenseits des Konzepts fühlen, können wir die nächste Anweisung umsetzen. Zitat Hier versteht er, so ist Form, so ist ihr Entstehen, so ist ihr Vergehen. Zitat Ende Zu den irreführendsten Aspekten von Konzepten gehört, dass sie sich nicht verändern. Wir verwenden dieselben Worte, Kopf, Körper, Mann, Frau, unabhängig davon, ob sie sich auf gestern, heute oder morgen beziehen. Die Worte bleiben gleich, was die Illusion verstärkt, dass sie sich auf etwas Gleichbleibendes beziehen. Doch wenn wir die erste Daseinsgruppe der materiellen Form betrachten, erleben wir deutlich, wie sie sich verändert. All diese Empfindungen befinden sich in einem ständigen Wandlungsprozess. Besonders deutlich wird das beim Gehen, egal ob wir eine langsame Gehmeditation üben oder uns in normalerem Tempo bewegen. Wenn wir nicht abgelenkt sind, bemerken wir einfach Empfindungen im Raum. Es gibt keinen Körper, keinen Fuß, kein Bein, nichts Festes oder Beständiges. Genauso ist es, wenn wir eine Glocke oder ein anderes Geräusch hören. Das Konzept dessen, was wir hören, bleibt gleich. Glocke, Vogel. Doch unsere Erfahrung bei der Betrachtung von Rupa zeigt uns einen Strom sich verändernder Schwingungen. Gefühle. Wird unsere achtsame Wahrnehmung dieses ersten greifbaren Aspekts der Erfahrung, der Daseinsgruppe der materiellen Form, stabiler, führt uns dies ganz natürlich zur zweiten Daseinsgruppe, den Gefühlen. Wir haben die Achtsamkeit auf die Gefühle bereits erörtert. Hier geht es jedoch um die zentrale Rolle, die diese Daseinsgruppe hinsichtlich des Erwachens spielt. Die Gefühle sind so wichtig, weil sie unsere Reaktionen bestimmen. Sobald wir etwas als angenehmer fahren, mögen wir es, wollen es festhalten und dafür sorgen, dass es weitergeht. Damit wird deutlich, wie angenehme Gefühle Sinnesbegierde, Verlangen und Habenwollen fördern. Wenn wir etwas als unangenehm erleben, mögen wir es nicht und versuchen, es wegzudrängen oder zu beenden. Diese unangenehmen Gefühle bedingen daher Ablehnung, Ärger, Gereiztheit und Angst. Wenden wir die Lehren des Buddha an, wissend, so ist Gefühl, so ist sein Entstehen, so ist sein Vergehen, lernen wir, diese Gefühlsaspekte schneller zu erkennen und uns ihrer veränderlichen Natur bewusst zu sein. Das klingt zwar ziemlich einfach, doch wie oft denken wir schon inmitten eines starken, angenehmen oder unangenehmen Gefühls daran, dass es sich verändern oder vergehen wird? Wir können sowohl in unserer Meditationspraxis als auch in unserem täglichen Leben auf die Unbeständigkeit der Gefühle achten. Wenn Sie beispielsweise sitzen und der Geist in einem konzentrierten Zustand der Stille ruht, können Sie die Neigung des Geistes beobachten, diesen Zustand zu mögen, daran anzuhaften und sich zu wünschen, er möge fortdauern. Dies wäre eine gute Gelegenheit, die Daseinsgruppe der Gefühle zu bemerken und zu benennen. Angenehm. Angenehm. Doch selbst wenn wir das angenehme Gefühl erkennen und benennen, kann sich unser Geist auf einer subtilen Ebene damit identifizieren. Angenehm. Angenehm. Das ist mir angenehm. Wir erkennen, was vor sich geht und können uns trotzdem mit der Freude daran identifizieren. Wenn ich mich auf diese Weise identifiziert habe, hat es mir oft geholfen, das Geschehen etwas umfassender zu benennen. Ich erlebte beispielsweise einmal in meiner Praxis, wie der Geist eine Menge sexueller Fantasien hervorbrachte. Sie als angenehm. Angenehm zu benennen, reichte nicht, um die Anhaftung zu durchbrechen. Als Auslöser dieser Gefühle erkannte ich den Kontakt mit einem bestimmten inneren Bild. Also benannte ich es präziser mit Kontakt-angenehm. Das half mir, das angenehme Gefühl weniger persönlich zu nehmen. Es war, als hätte ich mit Kontakt-angenehm den richtigen Akupunkturpunkt erwischt. Die Identifikation mit dem Gefühl löste sich und die verführerischen Bilder verschwanden schneller. Das gleiche können wir machen, so oft wir uns mit unangenehmen Gefühlen identifizieren. Wenn wir auf diese Weise mit der Daseinsgruppe der Gefühle üben, wenden wir die profunde Lehre an, die der Buddha seinem Sohn Rahula mit auf dem Weg gab. Sie alles mit vollkommener Weisheit. Dies ist nicht mein. Dies bin nicht ich. Dies ist nicht mein Selbst. Wahrnehmung Die dritte der fünf Daseinsgruppen ist die Wahrnehmung. Wie das Gefühl spielt auch die Wahrnehmung bei unseren Prägungen und bei unserer Befreiung eine große Rolle. Wie bereits erwähnt ist die Wahrnehmung der Faktor, der die speziellen Merkmale eines Objekts feststellt, es benennt, sich an dieses Wort oder Konzept erinnert und es bei der nächsten Erfahrung dieses Objekts anwendet. Angenommen wir hören ein Geräusch. Die Klangwellen und das Ohr sind physische Phänomene. Es kann angenehm oder unangenehm sein. Das ist das Gefühl. Die Wahrnehmung erkennt das Geräusch, benennt es mit Vogel und wendet dieselbe Bezeichnung an, wenn dieses Geräusch erneut auftritt. Sind die Wahrnehmung und die Achtsamkeit gut austariert, dienen sie gemeinsam der Einsicht. Doch wenn sie unausgeglichen sind, kann uns die Wahrnehmung in der Welt der Konzepte und der konventionellen Vorstellung des Selbst gefangen halten. Unsere konkreten Wahrnehmungen und die Konzepte, mit denen wir etwas beschreiben, prägen oft die Gefühle, die wir bei bestimmten Erfahrungen erleben. Leider sind unsere Wahrnehmungen in vielen Situationen unzutreffend. Bei einem Retreat erzählte mir einer der Teilnehmer, er habe sich auf dem Land ein Wochenendhaus ausgebaut. Während der Umbauphase beobachtete er oft, wie zwei große Reiher über das Gelände kreisten. Es sind majestätische Vögel und er freute sich, sie zu sehen. Kurze Zeit, nachdem er eingezogen war, fing er an, von oben ein zirpendes Geräusch wahrzunehmen. Er dachte, die Reiher hätten während des Umbaus im Haus ein Nest gebaut und die Jungen seien geschlüpft, worüber er sich jedes Mal freute, wenn er das Geräusch hörte. Nach kurzer Zeit bemerkte jedoch ein Handwerker, dass das Geräusch von einem defekten Rauchmelder kam. Sobald er mit dem Geräusch nicht mehr wunderbare Vögel, sondern einen kaputten Rauchmelder assoziierte, hatte er es sehr eilig, es zu beseitigen. Es hatte sich nichts geändert, bis auf sein Konzept, und doch entstand eine völlig andere Geisteshaltung. Die Wahrnehmung der Festigkeit Falls wir die fünf Daseinsgruppen nicht sorgsam beobachten, kann eine tief verwurzelte Wahrnehmungsgewohnheit über die Welt und uns selbst zu vielen unzutreffenden Schlussfolgerungen führen. Die Wahrnehmung der Festigkeit der Dinge hindert uns daran, die Wahrheit zu verstehen. Wir glauben an die Festigkeit der materiellen Phänomene, an die Festigkeit oder Stabilität von Beziehungen, von Gesellschaften. Doch solange wir an dieser Wahrnehmung der Festigkeit und Stabilität festhalten, können wir die Unbeständigkeit und die Substanzlosigkeit aller Phänomene nicht wirklich begreifen. Warum ist diese Wahrnehmung der Festigkeit so stark in unserer Weltsicht verankert? Unter anderem deshalb, weil sich die Dinge so schnell verändern, dass wir die Unterbrechungen nicht bemerken, so wie wir in einem Film keine einzelnen Bilder ausmachen können. Sie bewegen sich so rasch über die Leinwand, dass sie übergangslos ineinander fließen. Genauso ist es bei einer Glühbirne, bei der wir nicht erkennen, dass das Licht eigentlich aus einer Kette einzelner Elektronen besteht, die durch einen Glühfaden strömen. Auch unsere Neigung, die Dinge aus einer gewissen Distanz zu betrachten, führt dazu, dass wir die substanzlose Natur der Phänomene nicht erkennen. Sehen wir einen Berghank aus der Entfernung, dann nehmen wir nur farbige Flächen wahr. Erst beim Näherkommen können wir einzelne Bäume erkennen, dann Äste und Blätter. Auf der zellularen und molekularen Ebene erkennen wir gar nicht mehr, dass es sich um einen Baum handelt. Die Wahrnehmung der Festigkeit des Baums ist auf dieser Ebene verschwunden. So verhält es sich mit allen Objekten der Erfahrung. Sie scheinen nur aus einer begrenzten Perspektive fest oder stabil zu sein. Deshalb können wir diese Perspektive der Festigkeit als Halluzination der Wahrnehmung bezeichnen. Konzepte In unserer gewöhnlichen Art, in der Welt zu sein, nehmen wir wahr, ohne achtsam zu sein. Dabei erkennen wir nur die oberflächliche Erscheinung der Dinge. Wir tauchen nicht tief in die Erfahrung ein und übersehen deren Unbeständigkeit und Substanzlosigkeit. Wir können diese Neigung, unsere Weltsicht durch oberflächliche Wahrnehmungen und Konzepte zu verfestigen, in vielen Lebensbereichen erkennen. Manchmal führt diese Neigung zu sehr schädlichen Konsequenzen. Orte und Eigentum Wir erzeugen zum Beispiel Konzepte von Orten und halten sie für real. Wie viele Kriege wurden schon über Grenzverläufe geführt und wie viele Menschen wurden dabei getötet? Als die Astronauten Bilder unseres Planeten aus dem Weltall sandten, waren viele von der Schönheit einer ungeteilten Erde beeindruckt. Wir erfinden Konzepte des Besitzens und des Eigentums und glauben, irgendetwas könne uns zu eigen sein. Manchmal geschieht das auf einer globalen Ebene, zum Beispiel zur Zeit des Kolonialismus, als manche Länder einfach andere Gegenden als ihr Eigentum beanspruchten. Und auf der lokalen Ebene beanspruchen wir zuweilen unseren persönlichen Raum. Wenn wir zum Beispiel bei einem Retreat in die Meditationshalle kommen und jemand auf unserem Platz sitzt. Wie fühlt sich das an? Die meisten von uns erleben in solch einem Moment zumindest eine kleine innere Irritation. Der Buddha hat uns gelehrt, dass wir noch nicht einmal diesen Geist oder diesen Körper unser eigen nennen können, geschweige denn irgendetwas anderes. Zeit Ein weiteres machtvolles, unser Leben bestimmendes Konzept ist die Idee der Zeit. Wir beziehen uns auf Vergangenheit und Zukunft, doch was zeigt sich beim genaueren Blick darauf, wie wir jenes erleben, was wir Zeit nennen? Wir nehmen bestimmte Arten von Gedanken wahr. Erinnerungen, Pläne, die die Konzepte von Vergangenheit und Zukunft erzeugen und meinen dann, diesen Konzepten wohne eine Wirklichkeit inne. Doch letztlich sind es einfach Gedanken, die entstehen und vergehen. Indem wir allmählich erkennen, dass unsere Erfahrung von Vergangenheit und Zukunft einfach ein momentaner Gedanke ist, fällt eine große Last von uns ab. Das heißt nicht, dass wir diese Gedanken nicht geschickt nutzen könnten. Wir verlieren uns jedoch nicht mehr in unseren selbst erdachten Welten. Auf einer subtileren Ebene können wir außerdem erkennen, dass Gegenwart ebenfalls ein Konzept ist. Auch daran können wir eine Anhaftung entwickeln. Der portugiesische Dichter Fernando Pessoa hat das schön beschrieben. Und der Buddha verknüpfte diese Erkenntnis mit dem Prozess des Erwachens, als er lehrte, Lass los vom früheren, los von späteren, von dem auch, was dazwischen liegt. Lass los! Weltüberwindend, allwärts Geist erlöst, verfällst du Alter und Geburt nicht mehr. Zitat Ende Selbst Neben den Konstrukten von Ort und Zeit leben wir auch in der gedanklich erzeugten Wild unserer Selbstbilder und Rollen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung von uns selbst, die wir anderen vermitteln und selbst glauben. Sobald wir uns mit irgendeiner Rolle oder einem Bild identifizieren, ist dies schon eine Beschränkung. Es ist wie eine Gussform, in die wir uns einpassen und dann wundern wir uns, warum wir uns so eingeengt fühlen. Wir können auch einschränkende spirituelle Selbstbilder erzeugen, zum Beispiel, wenn wir uns mit der Idee identifizieren, unsere Meditation laufe gut oder schlecht. Ich nenne dies das Guter-Yogi-Schlechter-Yogi-Syndrom. Manchmal projizieren wir diese Beurteilungen auf andere und leiden dann unter vergleichendem Denken. Wenn wir nicht in Selbstbildern verfangen sind, ist der Geist offener, entspannter und spontaner. Die Autorin Christine Cox beschreibt zu diesem Thema einen wundervollen Augenblick mit seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama. Zitat Mein Freund Sid hinterlegte einmal in einem Hotelzimmer, in dem der Dalai Lama während eines Besuchs einer hochrangigen amerikanischen Universität wohnen würde, eine Groucho-Marx-Maske. Es war eine Geste karmischer Selbstvergessenheit, denn wer kann schon die irdischen oder spirituellen Konsequenzen solchen Handelns einschätzen. Da saßen dann also die ganzen hohen Universitätsbürokraten mit durchgestrecktem Rücken auf den vordersten Sofa- und Sesselkanten in der Suite des Dalai Lama und erwarteten, dass seine Heiligkeit in Erscheinung tritt. Plötzlich flog eine Tür auf und Groucho-Marx trat in den Raum, in dunkelroter Robe und mit Schnürschuhen, erst kichernd und dann so heftig lachend, dass ihm unter der Brille die Tränen aus den Augen liefen. Wie reagieren Leute, wenn ein Würdenträger, vor allem ein Spiritueller, etwas derart, nun, Würdeloses tut? Neugierig rief ich die Leiterin der für hochrangige Besuche zuständigen Abteilung an. Sie war ganz deutlich eine Frau, die nicht so leicht zu beeindrucken ist. Ich fragte sie, wie es ihr in dem Groucho-Augenblick ging. Im ersten Moment habe ich sie nicht gewusst, was sie tun solle, antwortete sie. Doch dann begann sie genau wie alle anderen über die wundervolle Absurdität der Situation zu lachen. Und es entstand eine Fröhlichkeit und Unbefangenheit, die Leute in diesen Positionen nicht zu oft erleben. Der Dalai Lama scherte sich nicht darum, ein bestimmtes Bild von ihm aufrecht zu erhalten. Er sah eine Gelegenheit für einen Spaß, zur Entzauberung von Erwartungen und ergriff sie beim Schopf. Und irgendwie wusste er wohl auch, wem er sie zu verdanken hatte. Jedenfalls deutete er ein paar Mal seinen Zeigefinger ins Hits Richtung und nahm dann immer noch lachend die Maske ab. Selbst seine Heiligkeit brauchte ein bisschen Groucho in seinem Leben. Zitat Ende Wir erzeugen auch Konzepte über Dinge, die grundlegender zu sein scheinen, wie Alter, Geschlecht, Rasse und Kultur. Wie alt ist ihr Atem? Ist der Schmerz in ihrem Knie männlich oder weiblich? Welche Farbe hat ihr Geist? Diese Konzepte verweisen durchaus auf bestimmte Unterschiede der Erfahrung. Doch häufig identifizieren wir uns so damit, dass wir eine fixe Idee davon entwickeln, wer und was wir sind. Die Dichterin und Nobelpreisträgerin Wislawa Symborska spricht in ihrem Gedicht Aussicht mit Sandkorn über genau diese Beschränkung der konventionellen Wahrnehmung der Welt. Wir nennen es ein Sandkorn, doch es nennt sich weder Korn noch Sand. Es geht ihm ganz gut ohne Namen. Sei er allgemein, bestimmt, dauerhaft, vorübergehend, unzutreffend oder passend. Unser Blick, unsere Berührung bedeuten ihm nichts. Es fühlt sich weder gesehen noch berührt. Und dass es auf die Fensterbank fiel, ist nur unsere Erfahrung, nicht seine. Es macht ihm nichts aus, hierhin oder woanders hinzufallen. Und es braucht nicht zu wissen, ob sein Fallen zu Ende ist oder ob es noch fällt. Das Fenster hat eine wunderbare Aussicht auf einen See. Doch die Aussicht sieht sich nicht. Sie existiert in dieser Welt farblos, formlos, klanglos, geruchlos und schmerzlos. Der Grund des Sees existiert grundlos und sein Ufer existiert uferlos. Das Wasser empfindet sich weder als trocken noch als nass. Und seine Wellen sind sich selbst weder singular noch plural. Sie rollen, ohne ihren eigenen Lärm zu hören, über Steine, die weder groß sind noch klein. Und all dies unter einem Himmel, der naturgemäß himmellos ist, an dem die Sonne untergeht, ohne je unterzugehen, und sich hinter einer achtlosen Wolke verbirgt, ohne sich zu verstecken. Der Wind zupft an ihr, aus dem einzigen Grund, dass er weht. Eine Sekunde verstreicht, eine zweite Sekunde, eine dritte. Doch nur für uns sind es drei Sekunden. Die Zeit eilt vorüber wie ein Bote dringender Nachrichten. Zu den tiefsten Konditionierungen und der Quelle von so viel Leiden in unserem Leben gehört die fehlgeleitete Wahrnehmung des vom Geist erzeugten Konzepts des Selbst. Die Idee, dass es jemanden gäbe, dem all diese Erfahrungen widerfahren. Wir erkennen ein Muster physischer und mentaler Elemente, nennen es Joseph oder Selbst, und schauen dann nicht mehr über dieses wahrgenommene Muster hinaus. Wir erkennen nicht, dass diese Konzepte nur eine Bezeichnung für die entstehende Erscheinung einer Reihe komplexer Wechselwirkungen sind. Stellen Sie sich einmal ein heftiges Sommergewitter vor, mit Sturmböen und Regen, Blitz und Donner. Doch abgesehen von diesen Elementen gibt es kein Gewitter. Gewitter ist nur ein Konzept für eine bestimmte Mischung von Phänomenen. Auf die gleiche Art können wir bei genauerem hinschauen in dem, was wir selbst nennen, eine Konstellation sich schnell verändernder Elemente sehen, von denen jedes für sich genommen substanzlos und in einem Augenblick vergangen ist. Das Verständnis unserer Erfahrungen aus der Perspektive der fünf Daseinsgruppen kann uns helfen, die grundsätzlich selbstlose Natur aller Phänomene zu erkennen. 21. Geistesformationen und Bewusstsein Gestaltungen Die vierte Daseinsgruppe heißt auf Pali Sankaraa. Dieser für die Lehren des Buddha sehr wichtige Begriff hat ähnlich wie das Pali-Wort Dhamma oder Dharma auf Sanskrit vielfältige Bedeutungen. Er kann sich auf alle Gestaltungen, alle bedingten Dinge beziehen, wie in dem häufig wiederholten Satz Alle Gestaltungen sind unbeständig, alle Gestaltungen sind unbefriedigend, alle Gestaltungen sind selbstlos. Er kann sich auch direkt auf den Willen beziehen, da dieser im Geist eine bestimmende karmische Kraft darstellt. Im Zusammenhang mit den fünf Daseinsgruppen bezieht sich Sankaraa speziell auf all die Geistesfaktoren, die in jedem bewussten Augenblick in unterschiedlichen Kombinationen entstehen, mit Ausnahme der Gefühle und der Wahrnehmungen, die wegen ihrer Bedeutung gesondert bei den Daseinsgruppen behandelt werden. Die vier Kategorien der Geistesfaktoren In der buddhistischen Psychologie sind die Geistesfaktoren die Bausteine aller geistigen Tätigkeit. Dazu gehören Gedanken, Emotionen, Stimmungen und Geisteszustände. Sie entstehen in unterschiedlichen Kombinationen und färben jeden Augenblick des Bewusstseins. Das Abhidharma unterteilt diese Geistesfaktoren in vier grundlegende Kategorien. Diese Lehre ist sehr nützlich, um unser Leben tiefer zu begreifen. Indem wir all diese Faktoren bei ihrem Erscheinen achtsam wahrnehmen, erkennen wir allmählich ihre unbeständige, unpersönliche Natur. Die erste Kategorie der Geistesfaktoren wird allgegenwärtig genannt, weil sie allen Momenten des Bewusstseins innewohnen. Davon gibt es sieben und diese sind Kontakt, Gefühl, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, die anders und oberflächlicher ist als Achtsamkeit, Einspitzigkeit, Willenskraft und etwas, was Lebensfähigkeit genannt wird. Sie alle entstehen in jedem Moment in unterschiedlich starker Ausprägung. Die zweite Kategorie sind die gelegentlichen Geistesfaktoren. Sie sind manchmal da und manchmal nicht. Dazu gehören die anfängliche und die anhaltende Hinwendung des Geistes, Entscheidungskraft, Energie, Begeisterung und Begierde etwas zu tun. Letzteres ist ein motivierender Faktor, der uns zu einer Handlung drängt. Dieses Verlangen etwas zu tun, ist interessanterweise ethisch neutral. Es kann sich auf heilsame oder unheilsame Handlungen beziehen. Die dritte Kategorie sind die 14 unheilsamen Geistesfaktoren. Gier, Hass, Verblendung, Schamlosigkeit, Skrupellosigkeit, Rastlosigkeit, Sorge, falsche Ansicht, Dünkel, Eifersucht, Habgier, Dumpfheit, Mattheit und Zweifel. Von all diesen unheilsamen Geisteszuständen, die uns und anderen Leiden bringen, sind vier an jedem unheilsamen Bewusstseinszustand beteiligt. Verblendung, Schamlosigkeit, Skrupellosigkeit und Rastlosigkeit. Eine besondere Aufmerksamkeit für diese vier unheilsamen Geistesfaktoren kann uns helfen zu begreifen, was uns zu unheilsamen Handeln motiviert. Bevor wir im Begriff sind etwas zu tun, von dem wir wissen, dass es nicht besonders heilsam ist, zum Beispiel uns eine zweite Portion Nachtisch zu nehmen, obwohl wir eigentlich satt sind, oder eine unpassende Bemerkung zu machen, können wir prüfen, ob diese Faktoren mit im Spiel sind und wie sie auf die Handlung einwirken. Das aktive Interesse an dem, was gerade vor sich geht, kann uns helfen, uns von ihnen zu befreien. Die vierte Kategorie besteht aus dem, was wir die wunderbaren Geistesfaktoren nennen. Es ist mir nicht gelungen herauszufinden, wie es zu dieser asymmetrischen Bezeichnung kam, unheilsame und wunderbare Geistesfaktoren, statt unheilsame und heilsame. Der Begriff wunderbar verweist vielleicht auf die Freude an der Schönheit von einem durch diese Faktoren geprägten Herzen und Geist. Von den 25 wunderbaren Geistesfaktoren sind 19 jedem geschickten Zustand zu eigen. Manche davon sind uns vertraut, wie Vertrauen, Achtsamkeit, Nichtgier, Nichthass, Gestilltheit, Gewissenhaftigkeit, Gewissensscheu, Beweglichkeit und Geschmeidigkeit des Geistes. Andere würden wir vielleicht nicht sofort erkennen, zum Beispiel Gefügigkeit, Geschultheit und Geradheit des Bewusstseins. Sobald wir erkennen, dass wunderbare Qualitäten anwesend sind, können wir sie fördern, wissend, dass wir damit im gegenwärtigen Moment heilsame Zustände und in der Zukunft glückliche Resultate kultivieren. Betrachtung der Geistesfaktoren Die Betrachtung der vierten Daseinsgruppe, der Sankaras, spielt bei unserer Praxis eine zentrale Rolle, weil wir das Konzept und das Gespür eines Selbst verstärken, wenn wir uns mit irgendeinem dieser Faktoren, ob heilsam oder unheilsam, identifizieren. Die Identifikation mit den Geistesfaktoren erzeugt die Perspektive von Ich denke, ich ärgere mich, ich bin traurig, ich bin glücklich, ich gebe mir Mühe, ich bin begeistert oder ich bin unruhig. Wir stülpen den sich von Augenblick zu Augenblick verändernden Bedingungen den Überbau eines Ich, eines Selbst über. Beobachten wir das jeweilige Geschehen sorgsamer, so erkennen wir, dass jeder dieser Geistesfaktoren aus den Bedingungen des Augenblicks heraus erwächst, sich seinem Wesen gemäß zum Ausdruck bringt und mit den sich verändernden Umständen vergeht. In einem tibetischen Text wird dieses Phänomen mit Wolken verglichen, die am Himmel vorüberziehen. Ohne Wurzeln, ohne Heimat. Nützlicher und befreiender wäre eine Ausdrucksweise im Sinne von Um all diese Geistesfaktoren mit Weisheit und Einsicht zu betrachten, hilft die Erkenntnis, welche Bedingungen die verschiedenen Emotionen und Geisteszustände verursacht. Wir können bemerken, wie oft eine Stimmung oder Emotion von bestimmten Gedanken ausgelöst wird. Wir denken an eine Person und spüren Freude oder Sehnsucht oder Ärger. Obwohl der Gedanke an die Person vielleicht nur kurz war, kann die dadurch ausgelöste Emotion noch lange im Körper und Geist nachklingen. Oder unsere Stimmung ruft bestimmte Gedankenmuster vor. Wenn wir beispielsweise müde, entmutigt oder mürrisch sind, kann es passieren, dass viele urteilende Gedanken in uns auftauchen. Wir können auch erkennen, wie sehr unser persönlicher Hintergrund und unsere Verständnisebene, unser Denken, unsere Emotionen und das ganze übrige Spektrum der Geistesfaktoren prägen. Was den einen glücklich macht, verursacht einem anderen Unbehagen. Für viele Laien sind die Sinnesvergnügungen eine Quelle der Freude, während das Eintauchen in das weltliche Leben für einen Ordinierten eher anstrengend sein mag. Der Faktor der Willenskraft Einem der Faktoren dieser vierten Daseinsgruppe kommt eine besondere Bedeutung zu, dem Faktor der Willenskraft, Chetana auf Pali. Wenn Sankara mit Willenskraft übersetzt wird, bezieht es sich auf genau diese Geistesqualität. Biko Bodhi beschreibt Willenskraft als den Faktor, der mit der Umsetzung eines Zieles zu tun hat. Er ist gewissermaßen der Einsatzleiter des Geistes, der alle anderen Faktoren koordiniert, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und zu jedem Bewusstseinsmoment gehört. Dieser Faktor von Chetana, was manchmal auch mit Absicht übersetzt wird, ist für das Verständnis unseres Lebens so wichtig, weil er die karmische Tatkraft in sich trägt und damit die Möglichkeit, glücklich zu sein. Das bedeutet, dass alle absichtlichen, willentlichen Handlungen, ob körperlicher oder geistiger Art, die Kraft haben, sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft etwas zu bewirken. Die Energie der Absicht ist wie das Potenzial eines Samens. Aus einem klitzekleinen Samen kann ein riesengroßer Baum werden. Und genau wie aus jedem Samen viele Früchte hervorgehen können, können auch unsere willentlichen Handlungen eine Fülle von Ergebnissen nach sich ziehen. Absicht ist zunächst einmal ethisch neutral. Die Motivation hinter der Absicht bestimmt die jeweilige karmische Konsequenz eines Handelns, ob angenehm oder unangenehm. Wir mögen zwar alle möglichen Gründe für unser Handeln haben, doch letztlich lassen sich alle auf eine der drei heilsamen oder der drei unheilsamen Wurzeln zurückführen. Die heilsamen Wurzeln sind Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Verblendung. Die unheilsamen sind Gier, Hass und Verblendung. Weil unsere Motivation so stark bestimmt, wie sich unser Leben entfaltet, heißt es in einer Lehre, alles beruht auf der Motivation. Die Motivation bestimmt zwar das Ergebnis, doch die karmische Energie hängt davon ab, ob es willentlich geschieht. Diesen Faktor der Willenskraft zu erkennen und zu verstehen, ist nicht nur wegen seines karmischen Potenzials wichtig, sondern auch, weil wir uns oft unbewusst damit identifizieren. Selbst wenn wir etliche Geistesfaktoren wie Verlangen, Ruhe, Ärger oder Freude achtsam wahrnehmen und als Nicht-Selbst erkennen, kann es leicht passieren, dass wir uns mit der Willenskraft identifizieren, die unserem Handeln zugrunde liegt, jenem Empfinden, dass ich es bin, der all das will, was ich tue. So können Absicht und Willenskraft zu einem subtilen Versteck für das Selbst werden. Wie können wir anfangen, diesen wichtigen Faktor der Willenskraft direkt zu erkennen? Er ist zwar immer vorhanden, doch er steht nicht immer im Vordergrund. Am besten beginnt man, ihn vor eindeutigen körperlichen Bewegungen zu erkennen. Der Körper bewegt sich nicht von alleine, sondern weil im Geist der Wille dazu entsteht. Wir können das zum Beispiel beobachten, so oft wir nach etwas greifen oder den Körper drehen. Wir können uns durch einen achtsam wahrgenommenen Gedanken, etwas tun zu wollen, vorwarnen lassen. Der Gedanke an sich ist nicht die Absicht, aber er kann uns darauf aufmerksam machen, dass eine absichtsvolle Handlung folgen könnte. Während wir diesen Prozess aufmerksam beobachten, spüren wir manchmal eine gewisse Ansammlung von Energie im Geist, eine Art Impuls, der dazu führt, dass die Hand nach etwas greift oder der Körper sich dreht. Manchmal ist es auch nicht so deutlich spürbar, sondern wir wissen einfach, dass wir uns gleich bewegen werden. Ich nenne das den Gleichmoment. All diese Prozesse verbinden uns mit dem Faktor der Willenskraft. Auch während wir handeln, entstehen Willensimpulse, die wir bemerken können. Dass wir uns mit der Willenskraft identifizieren, die unserem Handeln zugrunde liegt, jenem Empfinden, dass ich es bin, der all das will, was ich tue. So können Absicht und Willenskraft zu einem subtilen Versteck für das Selbst werden. Wie können wir anfangen, diesen wichtigen Faktor der Willenskraft direkt zu erkennen? Er ist zwar immer vorhanden, doch er steht nicht immer im Vordergrund. Am besten beginnt man, ihn vor eindeutigen körperlichen Bewegungen zu erkennen. Der Körper bewegt sich nicht von alleine, sondern weil im Geist der Wille dazu entsteht. Wir können das zum Beispiel beobachten, so oft wir nach etwas greifen oder den Körper drehen. Wir können uns durch einen achtsam wahrgenommenen Gedanken, etwas tun zu wollen, vorwarnen lassen. Der Gedanke an sich ist nicht die Absicht, aber er kann uns darauf aufmerksam machen, dass eine absichtsvolle Handlung folgen könnte. Während wir diesen Prozess aufmerksam beobachten, spüren wir manchmal eine gewisse Ansammlung von Energie im Geist, eine Art Impuls, der dazu führt, dass die Hand nach etwas greift oder der Körper sich dreht. Manchmal ist es auch nicht so deutlich spürbar, sondern wir wissen einfach, dass wir uns gleich bewegen werden. Ich nenne das den Gleichmoment. All diese Prozesse verbinden uns mit dem Faktor der Willenskraft. Auch während wir handeln, entstehen Willensimpulse, die wir bemerken können. Genauso benötigen wir selbst für einen einzigen Schritt einen kontinuierlichen Strom von Absichten, damit der Fuß weiter durch die Luft bewegt wird. Wenn die Absicht aufhört, hält der Fuß an. Die unpersönliche Natur der Absicht wird in jenen Momenten direkt erfahrbar, in denen wir uns mit einem gewissen Momentum bewegen und merken, dass es einer inneren Entscheidung bedarf, die Bewegung anzuhalten. Ohne diese Entscheidung trägt uns der Strom der Absichten einfach von alleine weiter, als hätte er ein Eigenleben. Nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihre eigene Erfahrung dieses Faktors der Willenskraft zu erkunden. Dabei geht es nicht darum, darüber nachzudenken, sondern mit einem gewissen Forschergeist zu entdecken, was Sie durch den Tag bewegt. Bei einem Einzelretreat in den Bergen Indiens experimentierte ich einmal mit diesem Ansatz. Ich stand am Rand eines Weges und wartete darauf, die Absicht zur Bewegung zu erkennen. Im Laufe der Zeit entstanden viele verschiedene Gedanken, mich zu bewegen, aber keiner davon setzte eine Handlung in Gang. Irgendwann, vielleicht durch aufkommende Ungeduld, bemerkte ich den Moment des Kommandos, den Impuls, der die Bewegung initiierte. Absichten sind zwar schnell und gering, doch jede von ihnen enthält eine enorme Kraft. Die Kraft, zu Ergebnissen zu führen, die Macht, etwas zu bewirken. In der Betrachtung dieser Daseinsgruppe der Gestaltungen verstehen wir sowohl die Erfahrung und die Bedeutung einer Absicht, als auch die verschiedenen heilsamen oder unheilsamen Geistesfaktoren, die das Ergebnis bestimmen. Beideutung der Gästeinsgruppe und die Bedeutung 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 der Gästeinsgruppe Vielen Dank.